Die Einkaufsstadt Kindberg bereitet sich für das bevorstehende Weihnachtsfest vor. Die sommerliche Blütenbach muss der kalten Jahreszeit weichen, dennoch aber sollen sich die Bürgerinnen und Bürger hier wohlfühlen. Kindberg als Einkaufsstadt hat sich schon oftmals gezeigt. Jetzt wieder im Winterkleid. Gott sei Dank hat es ein bisschen geschneit und wir haben unsere Adventhüten bereits aufgestellt. Das heißt, unserem Weihnachtseinkaufsvergnügen in der Einkaufsstadt Kindberg steht nichts mehr im Wege. Aber auch die Kindberger Kaufleute bemühen sich, Weihnachtsstimmung zu vermitteln. Die Werbegemeinschaft mit vielen jungen Leuten ist sehr aktiv. Es gibt Veranstaltungen, die zusammen mit dem Tourismusverband, mit der Stadtgemeinde betrieben werden. Und die laden natürlich auch recht herzlich ein, dass sie dabei sind und Gäste in Kindberg sind. Unter dem Motto, wir machen ihr Heim behaglich, hat der Bezieher Deschmann einiges an Geschenksideen anzubieten. Nutzen Sie die Gelegenheit des stressfreien Weihnachtseinkaufes und besuchen Sie uns. Wir präsentieren Ihnen die trendige Bettwäsche Landhauskollektion Alpenschick der Firma Fusselnecker. Traditionelles Design und Farben, Karos sowie Edelweiß-Motive bringen Farbe in Ihre Schlafräume. Dazu passend farblich abgestimmte Spannleintücher aus reiner Baumwolle sorgen für einen erholsamen Schlaf. Zierdecken mit modernen Motiven aus reiner Wolle sowie hohen Baumwollanteil sorgen für eine angenehm wohlig warme Atmosphäre. Weitere Accessoires wie Zierkissen aus Bergkräutern und Lavendel sowie Zirpen zaubern einen angenehmen Duft in Ihre Räume. Besuchen Sie uns, denn Ihr Weihnachtsgeld ist bei uns in besten Händen. Der Bezieher Deschmann in Kindberg, wir machen Ihr Heim behaglich. Mein junges und kreatives Team und ich begrüßen Sie recht herzlich bei Ringfutter Pontigam in Kindberg. Mein Unternehmen wird bereits in dritter Generation geführt und verfügt somit über viel Erfahrung und Know-how. Die Ausarbeitung und Entwicklung der Bilder erfolgt im hauseigenen digitalen Expresslabor und garantiert dadurch qualitativ hochwertige Ergebnisse. Wir fertigen für Sie Sondermaße in verschiedensten Materialien wie Leinen, Acryl an und veredeln Ihre Bilder. Für individuelle und besondere Geschenke bieten wir auch die Fertigung von bedruckten Fotoartikeln wie Tassen, Polster, T-Shirts, Mausbrett und so weiter an. Diese Geschenksartikel können mit Ihrem persönlichen Bild und einem persönlichen Text versehen werden und sind daher ein Präsent von bleibender Erinnerung. Unser großräumiges Fotostudio bietet außerdem Platz für die schönsten Fotomomente von groß und klein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Nicht vergessen, Bilderschenken bedeutet Freudeschenken. Und als besonderes Weihnachtszuckerl gibt es zu jeder Aufnahmeserie ein kleinen Bild 30x40 cm kostenlos. Schöfmann Kindberg, das Modehaus mit herzlicher Beratung. Die festlichste Zeit des Jahres ist da. Weihnachtsfeiern, Bälle, Anlässe, alle erfordern eine besondere Kleidung. Schöfmann in Kindberg ist die beste Adresse für festliche Kleidung. Mit persönlicher Beratung, die auf die Wünsche des Kunden eingeht und einer exzellenten Änderungsschneiderei ist Ihr perfektes Outfit garantiert. Bei der Auswahl sinnvoller Weihnachtsgeschenke steht Ihnen das sympathische Beratungsteam von Schöfmann Kindberg gerne zur Seite. Für uns ist es eine Freude, Sie zu beraten. Das ist die Einstellung des gesamten Teams und packt Ihnen die Geschenke gerne kostenlos ein. Schenken leicht gemacht mit einem Schöfmann-Modegutschein macht immer Freude. Ihre Kindberger Gutscheine lösen wir selbstverständlich ein. Und um ehrlich zu sein, die richtige Mode mit echter Beratung, natürlich von Schöfmann Kindberg. Und jetzt wird es Zeit für einen Kaffee und dazu etwas Süßes in der Kaffeekonditorei und Bäckerei Fuchs. Ich bin die Claudia von der Bäckerei Fuchs und bei uns können Sie natürlich jederzeit in aller Gemütlichkeit Ihren Kaffee genießen. Jetzt zur Adventszeit haben wir natürlich einiges vorbereitet für Sie, unser saftiges Gläzenbrot, sowie auch unsere guten Kekse. Und nach wie vor haben wir natürlich auch unsere köstlichen Mehlspeisen, zum Beispiel die Kaffee-Kardinalschnitte, den Sacherwürfel. Unsere Kuchen sind auch sehr gut, der Topfenstollen zum Beispiel und der Marmerkuchen. Und was noch ganz besonders ist, unsere Vanillekropfen und die Schokokropfen, die lieben die Kinder sehr. Die Bäckerei Fuchs ist auch mit seinen verschiedenen Brotsorten bekannt. Zu unseren beliebtesten Brotsorten zählen natürlich das südsteuerische Rockenbrot mit Kübiskernen, natürlich genauso auch das hefefreie, vegane Julienbrot. Und das hat den Namen für unseren Junior-Chef. Ja und für die kleine Jause haben wir auch jede Zeit was hier. Wir richten gerne Wurstsammel her oder einen heißen Leberkäse haben wir auch. Und jetzt ganz neu ist der Toast bei uns auch. Und jetzt zum Schluss, das ist mir ganz besonders wichtig, unter Reha im Namen von meinen Arbeitskolleginnen, der Evelyn und der Doris. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken und wir hoffen, es bleibt uns weiterhin so treu und kämpft so gern zu uns. Danke vielmals. Sie brauchen Fernseher, Radio, SAT-Anlage, Elektroheinisch liefert prompt und bietet bestes Service. Hier wird noch repariert. Wer bringt Ihnen Waschmaschine oder Kühlschrank? All das, wofür Sie keine Transportmöglichkeit haben, direkt ins Haus. Elektroheinisch. Und jetzt ein tolles Angebot. Kremesso, Kaffeeautomat, statt 129 Euro, nur 29,90. Solang der Vorrat reicht. Elektroheinisch, da staunt man was. Das Autofahren beginnt zweifelsohne mit der Fahrschule. Also begeben wir uns dorthin. Hier ist der Eingang, nicht zu übersehen. Der Empfang ist herzlich. Ja hallo, grüß euch, ich bin die Inge, ich arbeite da in der Startup-Fahrschule Harich im Büro. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch Informationen holt beim Infopoint im Langenwang oder natürlich da in Kindberg. Und dann geht's, da führt keine Straße vorbei, ans Lernen. Wir sind in der Startup-Fahrschule Harich in der Bahnhofstraße 12 in Kindberg und befinden uns jetzt gerade in unserem Hauptlehrsaal. Ihr seht, dass da rundherum der sehr farbenfroh gestaltet ist mit besonders wichtigen Farben, die die Lernkonzentration steigern. Wir hier in der Startup-Fahrschule Harich bieten die klassische Führerscheinausbildung, beginnend mit dem Moped-Führerschein bis hinauf zu den großen Klassen Lkw und auch Bus. Und neben dieser klassischen Führerscheinausbildung machen wir auch Ladegradenkurse, Staplerkurse, Berufskraftfahrer-Weiterbildung und auch Fahrlehrerausbildung. Wir sind eine zertifizierte Fahrschule nach der Birkenbihl-Methode. Das bedeutet gehirngerechtes Lernen für alle Lerntypen. Es gibt drei verschiedene Lerntypen und der Unterricht wird so gestaltet, damit hier maximale Aufmerksamkeit im Unterricht stattfindet und die Lernfähigkeit und die Merkfähigkeit wirklich sehr gut und stark gesteigert werden kann. Vielleicht ist ein Fahrkursgutschein unterm Christbaum, könnte er sein. Denn auch diesmal ist ein Kindberger Einkaufsflitzer zu gewinnen. Die Werbegemeinschaft der Kaufleute Kindberg hat auch heuer wieder die Weihnachtslosaktion mit tollen Preisen und als Hauptpreis das Auto. Jeder Einkauf in Kindberg erhöht die Gewinnchance, weil jedes Los, jeder Einkauf zählt. Die Verlosung findet am 23. Dezember 2015 18 Uhr statt. Nicht zu vergessen die sehr beliebten Kindberger Einkaufsgutscheine. Für Kinder gibt es am 11. Dezember einen Kinderadventnachmittag und Rock Christmas am 18. Dezember 16 Uhr wird ebenfalls viele begeistern.